Der kleine Sasak hat sehr hart und brutal getrainiert. Er hat ein Bizeps gekriegt wie Jean-Claude Van Dorme. Und endlich war er bereit für das Dragon Ball Turnier. Gewinnen oder verlieren ist nicht wichtig. Du musst umbringen. Bring sie alle um. Kleiner Sasak, ich habe ein Geschenk für dich. Okay, das ist der echte Anzug von Bruce Lee. Ich habe viel von dir gelernt, kleiner Sasak. Du hast jeden Tag Schläge gekriegt, aber du hast trotzdem weitergemacht. Ach, kleiner Sasak. Okay, das reicht los zum Turnier. Und so ging das große Turnier wie bei Dragon Ball los. Der kleine Sasak hat gekriegt, seine erste Gegner, eine kleine Kines. Komm Sasak. Oh, interessant. Die Regeln. Ah, Regeln sind scheißegal, du machst einfach alle Knockout. Ah. Sehr hoher Preis Geld. Haidebismillah, du musst gewinnen. Los Sasak. Traktorpanzer. Los. Traktorpanzer, worauf wartest du? Greif an. Gibst du ihn einen Tritt in seine Eier. Der kleine Sasak hat in diesem Turnier alle Chinesen kaputt geschlagen. Ich habe jeden Kampf auf ihn gewettet und sehr viel Geld gewonnen. Aber ich wollte jetzt auch den Preis Geld. Doch dann hat einer von den Chinesen angefangen unfair zu kämpfen. Das ist illegal, wir sind die Einzigen, die unverkämpfen dürfen. Kleiner Sasak, alles gut? Wird er wieder gesund? Ich brauche das Preis Geld. Hä, Doktor? Er sagt, du bist ein Laupen. Steh auf und kämpf weiter. Hätte ich gewinnen können? Natürlich nicht, du Idiot. Machen wir doch dieses Flammenglas-Ding. Sasak. Hast du diese Kines gesehen? Diese verrückte Chinese bringt dich um. Bitte, Mr. Han. Nachdem ich Feuer gebändigt habe, war der kleine Sasak wieder bereit zu kämpfen. Er hat bewiesen, dass er eine echte Traktor-Panzer ist. Niemals aufgeben. Gib ihm einen Kick in seine hässliche Fresse. Los, bring der uns jetzt einen Kick. Genau so. Jetzt in seine Fresse. Bravo. Los, furz in seine hässliche Fresse. Bravo. Jetzt eine Bombe. Du musst, hardverden, vi beten. Die Frau, hati schlau me përvaciert. Ni vergesen. Zai vi pancer. Kung fu. Lepten alle bas vi machen, kleine Sasak. Auf, bote, lik dojt jepas. Moetegiri. Bravo, kleine Sasak. Bravo. Bravo. Never say never. 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 Yo, Freunde. Wollt ihr als nächstes sehen. Vielleicht kommt sogar noch eine geheime Jackie Chan Video von All Takes. Man weiß es nicht. Schreibt in die Kommentare, Freunde, welche Anime, welche Serie. Vielleicht kommt das als nächstes. Und wir sehen uns dann bei einem neuen Video. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.